Zielgruppenanalyse Ob junge StudienabbrecherInnen, ältere Beschäftigte oder internationale Fachkräfte. Die Zielgruppen, aus denen neue Mitarbeitende gewonnen werden sollen, können sehr vielfältig sein. Deshalb ist es in der Zielgruppenanalyse wichtig, diese klar zu definieren. Nur so können sie gezielt angesprochen werden. Doch wo finde ich Informationen über meine gewählten Zielgruppen? Zu den einzelnen Zielgruppen gibt es aussagekräftige Studien, aus denen man viel Interessantes erfahren kann. Keine passende Studie verfügbar? Kein Problem. Oft sind Mitglieder der Zielgruppe bereits im eigenen Unternehmen beschäftigt und können wertvolle Einblicke geben. Denn nur wenn ich die Bedürfnisse meiner Zielgruppen genau kenne und weiß, was sie interessiert, kann ich mit ihnen über die passenden Kanäle kommunizieren. In der Sprache, die sie verstehen. In der Sprache, die sie verstehen. Begrüßungen 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 Untertitelung des ZDF, 2020